Kurz nach Sonnenaufgang, irgendwo in Deutschland. Lautstark holt der Hahn alle aus den Federn. Den Hühnern gefällt's. Seit vielen Jahrhunderten halten wir Menschen Hühner. Vieles hat sich verändert, einiges nicht. Hühner schmecken gut und sie legen Eier. Wo kommen heutzutage die meisten Eier tatsächlich her? Und was braucht ein Huhn zum Leben und zum Eierlegen? Ei und Huhn. Zu Besuch bei Legehennen. Willkommen bei den Legehennen des kleinen Biohofs 100 Morgenland in Sachsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Direkt Editngame Dworthyspiegel